Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ZevTech Ages. In der letzten Folge habe ich euch ja das Projekt vorgestellt und gezeigt, was wir mittlerweile alles gemacht haben. Und heute würde ich mich ganz gerne mal so ein bisschen um unsere neue Base kümmern, aber vorher noch die Achievements hier abschließen. Wir haben ja noch Bad Boys, Bad Boys Achievement. Und das machen wir noch schnell ready. Genau, wir haben die Sleeping Mat gebraucht und dafür brauchen wir jetzt noch Wasser und Resin. Haben wir nicht so viel. Dann holen wir uns hier mal einen Baum weg. Wie viel kriegen wir pro... Ah ne, warte, das ist Bark. Wie hat man Resin nochmal bekommen? Verstehe, entweder so oder halt so. Aber mit Bark. Also wir brauchen Bark und dann machen wir das Bark Resin. Okay. Das heißt also, ich nehme den Baum hier. Schabe hier die Bark ab. Gehe mit der Bark hier hin. Und packe das da rein. Auch Bark. Ah, war wieder verpackt. Ja, leider ist der Grindstone hier sehr, sehr verpackt. Oder es war noch irgendein Zeug drin. Das kann auch sein. Es ist beides der Fall. Okay. Ja, die Raw Height packe ich jetzt erstmal weg. Brauchen wir nicht unbedingt. Das haben wir in der letzten Folge hier schon gemacht. Unseren Bladder brauchen wir wieder. Eiei, ich bin schon sehr gespannt, wie das alles hier wird. Ohne unendliche Wasserquelle. Das ist... Fast schon gruselig. So. Ich müsste doch eigentlich... Wenn ich das hier... Was war da voll? Okay. So. Genau, dann können wir das so machen. Geht wahrscheinlich ein bisschen entspannter. Als das hier, das mal per Hand reinzulegen. So, vier. Und... Die anderen kriegen wir auch noch fertig. Machen wir alle acht fertig. Weil wir schon dabei sind. Jetzt schon wieder. Hm. So. Fünf. 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 Sieben. Und ein letzter. Nummer acht. Perfekt. Dann ein letztes Mal aufhängen. Und dann haben wir Leder. Die beiden packe ich erstmal hier rein. Die können wir dann später noch aufhängen. Da machen wir uns die Betten. Und... Was auch... Glaube ich, eine gute Maßnahme wäre. Wäre halt wirklich... Mehr Zäune. Dafür brauchen wir deutlich mehr Planks. Und die effizienteste Art und Weise, an die zu kommen... ist so eine Song. Mhm. Oh. Oh, man, mir kommt unterschiedlich viel raus. Je nachdem, welche Axt man benutzt. Mit einer Flint-Ex-5. Ab ist da fünf. Ne, jetzt wieder nur drei. Hä? Hä? Irgendwie... Stimmt das doch never ever. Was hier angezeigt wird. Ne, das switcht hier unterschiedlich durch. Okay, das gibt immer vier. Das gibt immer vier. Hm. Apropos Drain. Haben wir da ein bisschen was drin? Ja, halt nix, was ich eigentlich gesucht habe, aber... Gut. So, oh, ich sehe, das Leder ist fertig. Das heißt, letzte Nacht hier in dem Tipi, wenn ich das richtig sehe. So, dann holen wir uns das Leder. Plum, 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 plum. Plum. Und... Plum, plum, plum. Dann brauchen wir ein Crafting Table. Können wir den hier benutzen? Ich meine, das ist jetzt nicht der Beste, aber... Er tut's schon. Und da haben wir's. Und dann nochmal einmal für Joe. Auch wenn er mich immer mit seiner Tröte ärgert. So, was mich jetzt interessieren würde, wenn ich das... Wo ist denn hier der Chopping-Ding? So, wir haben drei im Inventar. Wenn ich das jetzt hacke... Dann haben wir... Also, wir haben zwei rausbekommen. Wieder zwei. Wieder zwei. Oh, diesmal waren's drei, oder? Zwei. 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 Oder ich hab nicht verzählt. Ne, ich glaube, es sind immer zwei. Ne, jetzt nicht. Ja, es sind doch mehr rausgekommen. Okay. Ist das random, wie viel hier rauskommt? Oh je. Oh je. Ich weiß nicht, ob das eine andere Axt dann besser macht. Aber wahrscheinlich nicht. Es ist einfach random. Es kann bis zu fünf rauskommen. Aber meistens kommt zwei raus, sozusagen. So interpretiere ich das jetzt mal. So. Und ich glaube, Sticks hat man auch so gemacht, ne? Ja. So. Elf Sticks. Aber wir brauchen einen Schutzzaun. Weil hier sind so viele Creeper hochgegangen. Ohne Schutzzaun ist das echt schlimm. So. Gehen wir mal rüber. Zur. Base. Das. Ersten Zeitalters. So. Dann packe ich hier mal unsere Schlafsäcke hin. Ach so. Das sind, äh. Portable. Okay. Dann ist hier die. Schlafsackkiste. Genau. Da ist die Kiste. Dann machen wir ein paar Zäune. 30. Das müsste eigentlich reichen, damit keine Viecher reinkommen, oder? Und an der Stelle natürlich dasselbe. Ah, es verbindet sich mit dem Stein. Perfekt. So, hier gehen wir dann davor und da so rüber. Die Dinger hier hatten auch nur mit der Saw bekommen. Die Saw war das Problem, genau. Es braucht Copper Gear, Copper Plates, die Dinger, Kleber, Cauldron. Ja, da werden wir noch sehr, sehr viel Freude mit haben. Also die Kreissäge ist noch lange nicht ready. Und auch um die Planks zu bekommen, sieht es immer noch nicht so optimal aus, ne? Ja, am besten ist es wahrscheinlich dann wirklich die Pferde das machen zu lassen, weil da bekommt man halt immer vier. Das ist besser als auf die ab und zu mal fünf zu spekulieren, die man mit der Hand bekommt, auch wenn es länger dauert. Und, haben wir jetzt bessere Hopper eigentlich? Ne, aber wir können Hopper auf recht normale Art und Weise herstellen, was sehr gut ist. Das heißt, wir brauchen Kisten. Das hier war das dann auch, ja. So, ich packe einfach mal den ganzen Schmodder hier rein. Den werden so manche Kiste haben. Da haben wir auch ein paar Kisten frei. Ah, jetzt liegt ja Zeug drauf, cool. So, das Holz nehme ich raus. Das brauchen wir noch, die Sticks nehme ich raus, das brauchen wir noch. Dafür kann ich das Resin rein machen. Und jetzt ist hier mal ein bisschen aufgeräumt. Und gleichzeitig haben wir jetzt drei Kisten frei. So, dann brauchen wir einen Hopper. Okay, da sind noch zwei. Okay, machen wir es erstmal nochmal kurz so, bis wir durch sind. Dann ist das halt so. So, eine Kiste. Ach krass, der Table kann einfach... So ist das gemacht. Ah, warte mal, hier ist noch einer. Ha! Lul, benutze ich den? So. Geht das auch von oben drauf? Sieht irgendwie witziger aus. So, dann nehmen wir die Chest hier mit. Ich hoffe, die gehen nicht kaputt. Ne. Komische Textur. Ja, funktioniert. Cool. So, und was auch noch empfohlen wurde, das würde ich auch ganz gerne mal ausprobieren. Dafür baue ich noch eine Leine. Und meine Schaufel leite ich ganz gerne auch zurück. Und zwar, wo sind unsere... Oh, oh. Unsere Büffel. Da drüben ist einer. So, ich schnappe mir hier mal einen. Ah ja, den kann ich nicht einfach mit der Hand einsacken, aber ich kann ihn an der Leine hängen. Muss mir jetzt kurz helfen, Kollege. So, und warte mal kurz hier. Der ist wohl besser geeignet als ein Pferd. Das ist genau nicht, was ich wollte. Wie kann ich die Leine hier drin... Okay, irgendwie habe ich es geschafft. So, wo ist jetzt... Sag mal. Hier wollen mich doch alle verarschen. Ich habe nichts mehr zu essen. Nein. Habe hier noch was zu essen drin. Büffelfleisch. Das hat er schon ein bisschen verdient, ne? Hier sind noch ein paar Spiegeleier. Ach, da ist er. Guck mal, ich habe deine Mutter gegessen. Jetzt komm mit. So. Arbeite für dein Geld. Ach so, hier ist nichts mehr drin, ne? Ah, das ist Neidwischen wegen dem Toten, wahrscheinlich. Ja, ist das jetzt schneller? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So, erstmal ein paar Bäume fällen. Das wird in diesem Zeitalter vermutlich eine unserer Hauptbeschäftigungen noch sein. Bis wir das alles automatisiert bekommen. So. Der Baum noch weg. Ja, die pflanzen sich ja selber wieder an. Von dem her. Also zumindest so lange Supplings auf dem Boden liegen. Amor 9. Local Difficulty ist schon ganz schön gestiegen, ne? Warum eigentlich? Warum eigentlich? Oh. Der Baum wurde nicht ordentlich abgebaut. Belastend. So, ich gehe mal hier hin. Hier ist das Ocelot Totem, das verhindert, dass Creeper explodieren können. Dann kann ich in aller Ruhe mal nach Sticks suchen. Gibt es da irgendein besseres Rezept? Ja gut, die Saw natürlich, ne? Die ist hier das beste Rezept. Die kann sogar aus Leafs Sticks machen. Ja, manuell. Und dann natürlich wieder die Pferl. Oder halt wieder ein Straining. Survival Strainer. Was ist da mittlerweile so herangekommen? Ink Sacks, Gravel, Dirt. Ja, nichts besonderes. Geh weg. Ich denke, man sieht auch ganz gut, warum ich gerne einen Zaun hätte. Kein Skelett ohne Tröte und ohne Bogen. Aber Bögen gibt es in dem neuen Zeitalter jetzt eigentlich, ne? Das heißt, es könnte passieren. Oh je. Da sind überall Creepers. Es könnte passieren, dass uns ein Skelett mit einem Bogen abschießt. Das wäre dann natürlich nicht so gut. Und hier in der neuen Base haben wir leider auch noch kein Ocelot-Totem. Der ist natürlich genau durch die Lücke im Zaun gekommen. War ja klar. Komm, 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 komm. Alter, wie stark ist er? Äh. 13 Armor-Punkte? Ist das ein Spawn-Junk und der Server ist weitergelaufen und wir haben jetzt hier übelst die hohe Local Difficulty oder wie? Na, super. Okay, jetzt aber. Jetzt müsste es funktionieren. Was? Das verbraucht sich? Uff. Na, ich behalte die mal im Inventar. Das Steinschwert. Gut, die kann man zusammen craften. Hat vielleicht ein Durability-Punkt gegeben. So, wie geht es in meinem Feld? Das sieht doch gar nicht mal so gut aus. Cooked Egg. Okay, ein paar Potatoes können wir noch kochen. Wobei, warte, der kann eigentlich, eigentlich kann der in der Nähe von einem Ocelot-Totum gar nicht explodieren, aber ich will doch ehrlich gesagt nicht rausfinden. Gut. Ist weit genug weg gewesen. Alles gut. Die Creeper-Löcher gehören halt dazu. So, ich nehme die mal raus. Soll er das noch fertig machen? Und dann packe ich einen halben Stack hier für Sticks rein. Plonk. 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 Und dann vier Sticks. Okay. Stick-Bundle. Ach, krass. Ich habe doch mal irgendwo einen Stick-Bundle abgebaut, aber ich glaube, ich habe da einfach nur Sticks draus bekommen. Ich denke mal. Plant-Fiber. Ich weiß noch gar nicht, wie wir Logist... einigermaßen akzeptabler Lager-System sein. Vanille-Lager-System. Also automatisch können wir knicken, zu viele Items. Aber ganz normales, ganz normales Kisten-Lager wird wahrscheinlich erst mal der Way-to-Go-Sein, ne? Das gefällt mir nicht, aber... Ist auch nicht schlecht. Das ist ein Ocelot-Totem. Kann ich das mitnehmen? Perfekt. Ich habe es kaputt gemacht. Offenbar nicht. So. Und jetzt kommt der Baum hier noch weg. Olivenbaum. Kommt da Oliven raus? Die man jetzt essen kann? Wahrscheinlich nicht. Oh, da ist ein Stick. Den nehme ich mit. Okay. 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 So, und den fälle ich auch mal. Nicht, dass irgendwie ein Mob irgendwie auf den Baum kommt, sondern über den Baum in die Bates springt. Wer weiß, was für Ninja-Mobs hier am Start sind. Aber kommt ganz schön viele Sticks, indem man einfach die Glätter zertrümmert, ne? Aber wenn man den Baum abbaut und die automatisch despawnen, dann bekommt man die wohl nicht. Sehe ich das richtig? Aha. Und wir haben doch Oliven bekommen. Nice. Erstmal ein bisschen Olivenöl machen. Und hier sind Kartoffeln. Cool. Cool. Okay. Ich meine, rauskommen ist ja nicht das Problem. Die dürfen ja nur nicht reinkommen. Das man hier natürlich raus kann, ist klar. Aber, ja, wie gesagt, das wäre nicht das Problem. So. Der Küstenstreifen sollte dann möglichst klein sein, den wir offen halten. Vielleicht machen wir ja auch komplett noch zu. Mal gucken, je nachdem, wie nervig die Mobs sind. Und ob die sich da irgendwie außenrum schlängeln oder nicht. Okay, dann gehen wir hier noch rüber, hier machen wir ein Tor hin. Und da kann ja eh keiner hoch. Gut, da könnten eventuell noch Viecher hoch. Aber wenn man hier zubaut und das ausleuchtet, dann ist die Höhle einfach Teil der Bates. Wobei, die können hier reinspringen. Eigentlich müssen wir das hier auch noch mit einzäunen, ne? Damit das wirklich safe ist. Was ist das hier? Hanf. Okay. Industriehanf. Sehr gut. Hm. Hast du gerade nicht gearbeitet? Ah doch. Da sind noch ein paar Bären. So. Bis wir uns flüssiges Fleisch injizieren können, wird es halt noch ein bisschen dauern, ne? Bedauerlicherweise. So, das sind die ganzen Sachen. Oliven. Was kann man denn mit Oliven machen? Wir können ein Almanack machen. Okay. Wir können Olivenöl machen. Und mit Olivenöl kann man sicher auch Dinge machen. Oh, aber wir können weder Bücher noch Eisennuggets machen. Weil wir nicht wissen, was Bücher sind oder was Eisennuggets sind. Uff. Das ist natürlich kritisch. Hm. Na ja, erstmal ist die Absicherung der Base glaube ich am wichtigsten. Und dann müssen wir uns irgendein, ja, tatsächlich ein System für die Item Einlagerung überlegen. Oder machen wir erstmal ein Fence Gate. Olivenholz, auch schön, aber gerade nicht, was ich suche. Ölke. So. Na. Ich arbeite. Onow Vom 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 Okay, klein ist sie in jedem Fall nicht. Das bedeutet hier kommt eine Absicherung rein, dass da erstmal nichts rauskommt, weil das können wir echt nicht gebrauchen, dass unsere Base infiltriert wird. Damit keine Mobs hier rein springen, müssen wir tatsächlich das Ding auch noch mit einzäunen. Aber all zu viel fehlt nicht mehr, glücklicherweise. So und wir müssen hier natürlich auch ausleuchten, das heißt wir brauchen Torches und die können wir mittlerweile auch machen. Okay, Plant Wines brauchen wir dafür. Okay, Kohle und Plant Wines. Also wir sind jetzt schon relativ sicher hier, behaupte ich mal. Nur die Ausleuchtung ist ein Problem, insbesondere weil wir in der 1.12 spielen. Und wieso haben wir Weakness und Mining Fatigue? Ist das wegen der Ernährung? Protein, ich esse halt nur Fleisch, das ist das Problem. Mehr Früchte, mehr Vegetables. Und sonst bekomme ich große Probleme hier. So. Oh hier dieser Baum. Ich baue den noch ab. Ich denke da sollten wir auch ein bisschen Richtung Baumfarm gehen. So, ich habe mir jetzt hier zwar ein paar Schnitzel gebraten, aber die sollte ich nicht essen. Weil die halt nur aus Proteinen bestehen. Ich brauche Fruits, Grains, Vegetable, Fruit. Vegetable. Was kann ich denn aus Sweet machen? Mehl. Mehl. Und aus Mehl kann ich Teig machen und aus Teig wahrscheinlich Brot. Grainer. Hm. Ist auch nur ganz leicht aufwendig. Aber man kennt es ja hier. Das ist auch nur Proteine. Das heißt das lege ich mal weg. Vielleicht sollten wir das Essen dann auch aufteilen. Auf Fruit, Grain, Protein, Vegetable. Ist denke ich sinnvoll. Und wir brauchen viel mehr Holz. Warte mal. Habe ich noch Kohle und Plant Wines? Ich wollte ja noch ausleuchten. Hm. Dann nochmal Plan... Ne. Plant Wines habe ich hier rein. Ja. Und Coal. Low Grade Charcoal Block. Kann ich da drin zu Kohle machen? Hm. 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 Aber ich hab da noch irgendwo einen oder? Von den Charcoal Blocks. Hm. Hm. Okay, dann mache ich hier mal ein Olivenholz rein, oder kann ich das hier auch? Schauen wir mal, schauen wir mal, was passiert, ob auch der Grill Charcoal machen kann oder nicht? Der Grill macht Asche, gut, war irgendwie klar, so, aber hier und dann, okay, okay, können wir die Maschinen benutzen, so, dann haben wir vier Charcoal und dann können wir vier Torches machen, so, ich kann auch nicht sleep at night, hä? Achso, ist schon wieder eine Sonnenfinsternis, die nicht richtig angezeigt wird, oder was ist hier los? Es ist schon wieder dunkel, obwohl die Sonne zu sehen ist. Joes Theorie war ja, dass wir einfach noch nicht wissen, was in der Sonnenfinsternis ist, aber sollten wir es dann nicht trotzdem sehen? wäre jetzt meine Frage. Okay. Okay, da brauchen wir noch Torches, hier brauchen wir noch Torches, oieieieieiei. Ja, das wird noch, das wird noch eine wahre Freude hier. Aber ich denke, wir haben jetzt genug Zäune, um die Base zumindest von außen abzusichern. so, perfekt, wir haben sogar noch sieben übrig. Dann machen wir vielleicht doch erstmal zu. Einfach nur Sicherheitshalber. So, nochmal kurz Außenkontrolle. Hier und da sollten wir vielleicht auch noch ein Tor reinbauen. nicht nur an der einen Stelle, aber das passt dann erstmal. So, wie ist denn das? Ah, hier bekommen wir immer drei raus, wie es aussieht. Ne, war Zufall. Okay. Bekomme jetzt auch eine Olivenholzkiste? Ne. Okay. Ich würde hier drüben vielleicht Essen hinmachen. Wobei ich, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich das wirklich so Fruit, Grains und so weiter aufteilen habe ich glaube nicht. Weil, ich meine, wir machen hier einfach eine Doppelchest hin. Weil manche haben wir dann zwei und dann stimmt es ja auch wieder nicht. Daher wäre das wahrscheinlich jetzt nicht so smart. So, ich mache hier einfach noch ein bisschen Holz. Doppelchest. So. Nehmen wir ein Schild. Und manche haben jetzt irgendwie Maustreaks, wo ich einfach mit drehen kann. So, und das ist jetzt einfach Essen. Essen. Das da, das da, das da, das da, das da. Kann ich das nochmal bearbeiten? Hoffen. Hoffen wir nicht. Hoffen wir nicht. Äh. Wobei. Doch, das ist Essen. Und daneben machen wir dann bei Gelegenheit noch eine Kiste Essen pro oder sowas. Für die Sachen, die erst noch verarbeitet werden müssen, bevor man es essen kann. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Früchte und so gegessen. Das sieht gut aus. Grains wird noch ein Problem. Aber alles in allem bekommen wir das schon hin. Und die Base ist soweit. Erstmal gesichert. Bisschen ausleuchten noch. Und dann ist gut. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis dann und tschüss.